Habt ihr das gerade gesehen? Puck, Queena, sind sie denn alle tot? Und was nun da nehmen? Und Beatrix ist hier nicht auch mit diesem Schiff drauf? Wie er so zu sich winkt. Du Freya, ich glaube sie hat uns gerufen. Bitte entschuldige, aber ich wäre gerne im Moment allein. Alter, wir sind Feindes. Ach komm, das ist noch eine Menge von diesen Marionetten. Kommt mit, wir verstecken uns besser für eine Weile. Ja, besser ist auf dem feindlichen Schiff. Ich meine, wer hat eure Ankunft schon mit großer Sehnsucht? Da kann die Truppe von Hauptbahnsteiner wohl bald ihre Bündel packen. Hehehe. Bitte um Verzeihung. Richte ihre Majestät aus, dass ich umgehend zu ihren Diensten sein werde. Warum? Warum hat Green Brain Clara auslöschen lassen? Warum hat Green Brain Bestia und Schwarzmagier eingesetzt? Da habe ich eher zu diesem Zweck jahrelang meine Fähigkeiten geschliffen, in das Käse gelebt. Schwarzmagier. Hier geht es lang. Da benutzen Teleporter und begibt euch nach Alexandria. Dort schließt ihr euch der Schloss Verteidigungseinheit an. Ähm. Okay. Ähm. berufen dass diese seelenlosen kreaturen so gesehen ist vielleicht der sens sonst wo verschollene steine weit besser dran als ich hey habt ihr das mitgekriegt bitte brains also hier irgendwo auf dem schiff kannst du etwas erkennen dunkel ich sehe absolut null in der rennenberg diese stimme und hast du ihn bei dir jawohl ich bringe euch den schatzkristall ganz hier ja ja das ist er das ist er jetzt wo ich ihn habe jetzt wo ich ihn endlich habe ach halt einer fehlt mir noch muss ich auch noch in die finger kriegen kein einziges wort des dankes ah ja schafft mir sofort den letzten kristall hier herbei wie ihr wünscht eure majestät verzeiht meine neugier aber wie ist die momentan verfassung vom präsident garnet garnet da wir bereits alle bestie aus ihrem kleinen körper extrahiert haben ist sie nun wertlos eure majestät was wollt ihr damit sagen garnet wird die gerechte strafe für den diebstahl meines schatzkristalls erhalten wie bitte bist du etwas schwer von begriff garnet war ja sobald wir in alexandria gelandet sind lasse ich diese nutzlose gehöre hinrichten aber was kümmert dich das du sollst mir gefälligst den letzten kristall her schaffen könig und brine brain brains bran sagt sie eben sie will lilly was wenn wir hier zuschlagen helfen wir gar damit nicht was ist denn dann dein plan hier rumstehen und täubchen drehen aber wie machen wir das bloß gern wenn wir diese teile da unten benutzen warte wivi wo willst du hin du 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 Duut, 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 duut Ich weiß nicht, wir sollten die Teleporter benutzen, um nach Alexandern zu gelangen. Gut, dann probieren wir das auch. Baby, was kannst du überhaupt? Konzentriert euch, Lilly, ich hau dich da raus. Wir brechen hier aus, ist das dein Ernst und so? Ich kann hier nicht einfach herumsitzen und Löcher in die Wand starren. Ja gut, und so. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Bum, 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 bum. Bum, 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 dum, 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 dum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Oh, was das jetzt? Komm schon! Jetzt hat... Da! Oh, er stirbt direkt! Oh, was das? 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 Nee. Fuck. Die sind komplett unterlevelt. Zum Glück habe ich vorhin auch gespeichert. Vielleicht kann ich hier vorbeilaufen? Nein. Dum 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 dum. Nicht immer gegen beide. Ja. Wieder gut. Fast. Da ist es. Da ist es. Da ohne das. Da ist es. Da ist es. Also entweder gute Equipment. Ja. Wir müssen vorbeiren. Hm. Da. 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 Das stimmt Onkel Steiner Als König Mirane auf der roten Rose Der Wegs nach Algen war Da sagt sie dass sie die umbringt Wenn sie angekommen ist Ich habe es mit allen eigenen Ohren gehört Wirklich warm Meister Vivi Oh komm Immer dieser Zeitdruck Und das noch nicht Markus ist Das ist das hier mir Besten Dank Also ich gehe erstmal Zum Verwunsch und Wartung befreit So Ja Jetzt rüste ich aber Gerade mal kurz So Wo muss ich jetzt hin? Mal essen Alles auch mal Back Ah die haben ein Zimmer da oben vielleicht Sollte ich eigentlich gar nicht so schnell durchrennen Sondern eigentlich sind die Viecher Alle plätten hier Wo bist du nur? Was ist das bloß? Ja Habt ihr Schätz dich Schätz dich Bist du Sollte. Okay, dann gehts runter. Ui! Nein! Noch was? Nein. Was zum... Was wollt ihr hier? Ständig funkt ihr uns dazwischen, damit ist jetzt Schluss. Aha. Oha. Kämpfe gegen die Clowns. Wissen Sie können gar nicht... Ah ne, hab ich schon gedacht. Meteo Power. Was? 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 Leids sind mir klar, nehm. Oh. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann. Das war's für heute. Die hörten schon gut was aus. Jetzt hauen sie ab. Ah, ne. Warum gehen sie weiter weg? Verdammter Mist, das vergessen wir euch nie. Ach so, sie hauen einfach nur ab. Alles klar. Komm schon, schlag die Augen auf. Lilly, kommen wir zu spät? Lilly. Ganz herrsinn. Was macht der? Alter. Noch atmet sie. Ja, ich weiß. Wir müssen hier schnell raus. Active Time Event Freundschaft. Füßen und so. Go, go, go. Befreie ihn. Aus seinem Stein Gefängnis. Drei. Okay. Ja. Dann. Drei. 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 Was sind die Lippen? Aha, kann ich jetzt wieder so raus? Komm ich hier raus? Komm ich so raus? Was wäre uns jemand gefolgt? War für sonst jemand nach unten? Die Königin Brown, ja. Warum hat sie das nur getan? Ich würde ohne mit der Wimper zu zucken in den Tod gehen, um die Patienten zu beschützen. Doch, ihr ein und alles oder etwa nicht? Oh nein, Alter, glaub mir, ich kann verstehen, wie du dich fühlen musst. Zieh da an. Wacht Lily denn nie mehr auf? Keine Angst, sie ist nur sehr müde, weißt du? Leute, wir sollten Lily eine Weile schlafen lassen, was meint ihr? Danke. Hier gewesen, dann hätte ich... Vergib mir Lily. Unsinn. Liebe, habe ich es zum ersten Mal verstanden. Wenn man nicht nur von Zorn und Hass leiten lässt, dann wird man aller Emotionen unfähig. Selbst die Tränen versiegen irgendwann. Da sind sie! Ganze Band auf einen Haufen. Lange nicht mehr gesehen, Steiner. Was habt ihr nur die ganze Zeit übergetrieben? Nicht doch, ihr werdet doch wohl nicht mit diesen Barbaren gemeinsame Sache gemacht haben. Was ist? Wer nennst du hier einen Barbaren, du wild gewordene Amazone? Du lernst es wohl nicht, was? Ach, ich hätte... Wollen vielleicht mal heilen sollen. Ah, Mist. Ja genau, jetzt stimmt mir direkt alles. Nja. Läuft wieder. Achtund Dinos. Achtthundertvierzig. Dududududu. Dudududududu. Dudududududududu. Das war's für heute. Ey, ich bleib hier nur noch am Wiederbeleben und das ist ja nicht nur das, das ist ja nicht nur das, dann Falschen jetzt. Ich bin nur im Hallen, ich kann auch ganz so angriffen. Ich bin nur im Hallen, ich kann auch ganz so angriffen. Ich bin nur im Hallen, ich kann auch ganz so angriffen. Empfangt eure gerechte Strafe, Atomisator. Jo. Lasst euch hier nie wieder blicken.